Das ändert sich im Oktober 2022 in Sachen Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Im Oktober gibt es wieder gesetzliche Änderungen, die sich auch für Rentner auswirken können. Zum einen die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro, damit auch der Anstieg der Minijob, der Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro auf 520 Euro. Die Geringfügigkeitsgrenze wird nicht mehr starr sein, sondern sie ist eine dynamische Grenze. Die Einkommensgrenze bei kostenfreien Familienversicherungen wird an die dynamisierte Minijobgrenze angepasst. Insoweit beträgt nunmehr für Familienangehörige, die eine geringfügige Beschäftigung ausüben, diese dynamisierte Grenze bei geringfügiger Beschäftigung 520 Euro. Wer also bis 520 Euro geringfügig beschäftigt ist, darf sich weiterhin bei seinem Ehegatten Familienversichern lassen. Das kostenfrei. Die Minijobgrenze, Übergangsbereich genannt, erhöht sich ab dem 01.10.2022 bis zum 31.12.2022 von 1300 Euro auf 1600 Euro. Ab Januar 2023 sollen es dann ja 2000 Euro im Übergangsbereich sein. Der Vorteil für den Arbeitnehmer oder den beschäftigten Rentner ist, dass er in diesem Bereich über die Geringfügigkeitsgrenze 520 Euro bis 1600 Euro Bruttoeinnahmen weniger Sozialabgaben aus seinen Einkommen abführen muss. Damit natürlich auch für Rentner sehr interessant, die neben der vorgezogenen Altersrente noch weiter verdienen wollen oder sogar müssen. Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld wurde statt bis zum 31.12.2022 nunmehr durch Rechtsverordnung der Bundesregierung auf den 30.06.2023 verlängert. Und, was auch ganz wichtig ist, die Gasumlage, die zum 01.10.2022 kommen sollte, ist vom Tisch. Sie wird nicht mehr kommen und somit Millionen Menschen und Unternehmen keine Mehrbelastung bescheren. Insgesamt haben diese fünf Änderungen im Oktober 2022 Auswirkungen auf viele Menschen in Deutschland, auf viele Rentner und auch Unternehmen und deren Finanzen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel